Hallo Leo, wir wollten uns ja heute mal zusammen deine Filme angucken. Du weißt ja, ich habe Videos gedreht. Wir wollten ja mal gucken, wie es dir hier so in der Gruppe geht, weil du ja neu zu uns gekommen bist, was so ganz toll klappt. Wollen wir anfangen? Guck mal, dann hast du dich ran gesetzt und hast noch weiter gemalt, ne? Ja, und dann nachher wolltest du ja mal Yari dein Bild zeigen. Weißt du das noch? Wollen wir mal gucken, ob der Yari sich dein Bild auch angeguckt hat? Was er gemacht hat, als er dein Bild gesehen hat? Entdeckt. Siehst du? Guck mal, der Yari war neugierig, was auf deiner Rückseite passiert, was du noch alles gemacht hast, ne? Und dann hat er das entdeckt. Ja, hör mal, was du zu ihm sagst. Hast du gehört? Jetzt hast du die andere Seite ertappt. Siehst du? Guck mal. Guck mal, Yari sein Gesicht an. Was siehst du da? Das ist der Lächel. Der Lächel? Und der reine Rätsel sein. Genau. Ich glaube nämlich, dass er das ganz klasse fand, was du für eine tolle Idee hattest mit deinen Rätseln. Und weil du ihm das so erklärt hast, guck mal, wie du ihn anlächelst und er lächelt zurück. Das ist doch toll. Ja? So, und wir wollten ja auch nochmal überlegen, wie wir das machen, Leo, dass du auch zu den anderen Kindern eine Freundschaft entwickeln kannst, ne? Und vielleicht kannst du es ja, ne? Ganz schön viele Kaktusse. Ganz schön viele Kaktusse, ja. Und dass wir es vielleicht hinkriegen, wenn du die anderen Kinder auch so nett anlächelst wie den Yari gerade und den auch anguckst, wenn du mit ihm sprichst, siehst du das, wie schön du ihn anguckst, dass dann die Kindern ja auch, glaube ich, besser zuhören könnten. Wollen wir das mal probieren fürs nächste Mal und dann gucken wir mal, ob das geklappt hat.